Hallo, die Ola hier und so. So, ich darf sie mit dir ankommen. Ein Video zu mir anbieten von, wie wir Interesse sind und wie die Sache hier haben. Wie wollen wir in eurem Leben, wie wir nicht bloß uns sagen, wie wir nicht bloß mit dem Müll bekommen, wie die Glauben dort von heute. Wie wir in eurem Leben haben und dort tun sie nichts, als wir uns keine Säulichkeit bezeichnen, wo ich immer sehr dankbar für sie, wegen jesushafter Unterrichtsverbrauch, so wie wir uns nicht verbringen. Wir können Glauben und Vertrauen in unsere Freude und dort haben, was jesus sagen wird. Es sind so viele, die uns sagen, du möchtest, ich bin ein schöner Mensch, denn du möchtest den Sinn bekommen, du möchtest das gut reinstellen, du möchtest das gut reinstellen, du möchtest das gut reinstellen, du möchtest das gut reinstellen. Und dann, was die Interesse waren, ist die Bibel, die jesus sagt, wer ein Angläufe auf eurem Leben ist. Da sage ich nicht, wer ein schöner Mensch ist. Da würde ich ihm auf eurem Leben geben. Jesus sagt, wer ein Angläufe auf eurem Leben. Und die Menschen, die da unter Gott sehen würden. Da wird andere mehr an der Genut. Da wird andere mehr an uns, was dort ist. Denn jungen werden immer so eine Menschen, die da tun werden. Wenn ein Sehen Gottes uns frei merkt, dann sei wir wirklich frei. Wir brauchen uns nicht selbst frei mehr, um das Sehen Gottes, so dass Jesus Christus uns frei merkt. Und ich sei einmal dankbar für das. Und speziell, wenn er sagt, er hat uns geteckt mit den Helden Gäß. Und dass der Helden Gäß bürchtig wäre, ob wir da treten wollen, und wird Gott ans Versprechung haben, wenn wir kicken da. Und hier ist die Johannes Kapitel 5, Vers 4, sagt er, dass das steht, glaube ich, kein Gesamt von Gott, und habt ihr auch bei sich. Der Gäß, der in Dünn ist, ist gerade raus, der da in der Welt ist. Und das ist gerade raus, dass der Gäß, der in der Welt ist. Und da weiß ich, wie es ist. Ich bin so dankbar, dass wir kein Frieden und Christen sind. Und dass der Gäß, der in meinem Leben ist, dass der Gäß gerade raus, der in der Welt ist. Und das ist auch hier, dass es steht in der Johannes Kapitel 5, Vers 9, wenn wir auch glauben, was Menschen sagen, wenn sie sagen, dass sie in Sinn bekommen, und wir glauben, dass wir gehen und gehen und gehen und gehen nicht auf ihr Leben von dort. Wenn wir auch glauben, was Menschen sagen, und jeder weiß, was das heißt, dann können wir nachsachen, was Gott gesagt hat. Wenn wir auch glauben, was Menschen sagen, können wir nachsachen, was Gott gesagt hat. Und das Zeugnis ist nachgerähter. Gott ist Zeugnis ist nachgerähter aus irgendein Säldergerät, oder Prediger, oder was immer dort für ein Mensch ist. dass Gott sie Zeugnis ist nachgerähter. Und Gott sieht, dass Jesus Christus sie in Sinn ist. So, das wird Gott gesagt haben. Wenn wir mal gucken, was wir wieder von dort sagen, dass, ähm, Vers 9, wer an Gott sie in Sinn glaubt, wird wie sich im Hort, dass das so ist. So, wer an Jesus glaubt, wird wie sich im Hort, dass das so ist, was das hier sagen wird. Und sagt, wer Gott nicht glaubt, nannt Gott, du meinst einen Lehnen. So, wer auch nicht glaubt, der nennt Gott ein Lehnen. Und das tritt ich dadurch. Also, ein ungut ist. Und sagt, heute glaubt du nicht, was Gott von seinem Sinn gesagt hat. So, der mehr an Gott im Lehnen, willst du nicht glauben, was Gott von Jesus gesagt hat. und wenn wir hören, was Gott gesagt hat, was er als guten Sinn bekan, was er als echt ein großartiger Mensch und was er aufgeteilt hat. Oder was er aufgeteilt hat. Was sagt die Bibel? Wenn wir auch glauben, was Menschen sagen, tja, wir nicht sicher glauben, was Gott gesagt hat. Pass auf, Gott hat gesagt, dass er uns aufgeteilt hat. So, Gott hat gesagt, dass er uns aufgeteilt hat, dass er aufgeteilt hat, und das Leben erst in seinen Sehen. So, freut mich, freut mich zu sagen, dass er wieder aufgeteilt hat. Und dann sagt er, wer Gott in seinen Sehen hat, aufgeteilt hat, und wer in Sehen nicht hat, aufgeteilt hat, und nicht leben. Natürlich, aber du willst das nicht haben, ob er eine Freiheit für dich, was das Gläubende hat. Und Gott sagt, dass er uns aufgeteilt hat. So, wenn er uns aufgeteilt hat, dass er nicht, dass er nicht einmal was zu tun hat, dass er verloren hat. So, dass er das, was die Menschheit gelernt hat. Und dann, was die Menschen gleich zu hören, über Gott in den Worten lebt uns nicht. So, Gott hat gesagt, dass er uns aufgeteilt hat. So, aufgeteilt hat er dann, wenn er das nicht aufgeteilt hat. So, ja. Und dann versichert ich, dass er Gott in seinen Sehen glauben, dass er die Worte, dass er das aufgeteilt hat. So, dass er nicht mehr Müll hat, dass er das aufgeteilt hat, dass er das aufgeteilt hat, dass er das aufgeteilt hat. dass er meine Freude dort hat. Und, Paulus redet nach vorne, dass wir dann da keine Antworten wollen, bloß nicht dort zuhören, wo wir vom Wüten lieben dürfen, wenn wir uns freuen können, wir können Frieden in Christus sein, und wir sind da, wo Gott sagt, wer wir sind, so, er hat uns alle Leben gegeben, wir glauben dort, wir können uns freuen für dort, wenn wir verfolgt werden, wir können, man frieden gewissen Abständen sein, Jesus hat uns frei gemerkt. Er ist nicht davon, und wir sind durch den Glauben allein geraten, wir können eine Störung geraten werden, wir können eine Störung geraten werden, wir können eine Störung geraten bleiben. dass er Gott, also, in 1. Korinther Kapitel 21, sagt er, dass er Gott, der uns mit Jintaub in Christus vollstunden hat, und zum Dauern sie angesehen hat, so, dass er nicht an sie gute Worten hat. Er sagt, dass er Gott, dass er das ist. So, ich sage, dass er ein Leben gegen Gott hat, wo ich vertrauen kann. Und, in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 12, und 2. Korinther Kapitel 4, sie versäventieren, du will, wenn wir ein Christus essen, dann ist heute nie mehr ein Mensch, doch wird heute vorher wir essen nicht mehr, heute ist nie gut gefordert. Er macht bloß dort, wie alle kennen, wo er nie von beiden sein hat, wir haben uns nie in die Ehe geäf, das ist, dass er uns von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versäunt hat, heute hat uns der Abruf, die Menschen von Gott sind eingebaut, unterreden, mit einem versäunt worden. So, da sage ich nicht, dass Menschen unterreden, mit einem gesinnten worden ist es dort so. Da sage ich, mit einem versäunt worden, das ist eine Abruf. Dort ist Gott, wir in Christus sind heute versäunt, der Welt mit sich selbst, er verjöpft den Menschen ihre Sünden und hält uns nicht mehr fair. Also, wenn ihr in die Buren seid, hat uns die Sünden verjöpft, und Jesus hält uns nicht mehr fair. Und heute hat uns die Botschaft von der Versäunung unverträgt. So, dort ist nicht irgendetwas unterreden, dort ist, wir haben uns unverträgt, dass wir Menschen sagen können, dass wir ein Leben haben, und wir haben uns gerät, wir haben uns ein Leben gegeben, wir können unsere Freiheit ganz voll in allem haben, und dort. Und sagt der Vers 20, wir sind Christus sind Vertreter für diese Botschaft. So, wenn Gott selbst durch uns unterreden würde, so brauche, wie wir in Christus sind, die Leute mit Gott versäunen. Und wenn wir in den Räumen Kapitel 10 vor 7, 10 checken und so, da haben uns die Botschaft von der Versäunung unverträgt, und der Räumen Kapitel 10 vor 7, 10 sagt, so kommt der Glaubende durch die Predigt und die Predigt von Christus sind Wurde. wir können das wiederbringen, wenn man Menschen nicht hören, wenn man das Gläubende, dann täten Gott mit den Heiligen Gäste. das sage ich nicht, der ist die Sünden und der Ola gut bekommen, denn das ist ein perfekter Mensch, was dann wollte ich den Heiligen Gäste geben. Dann sage ich doch nicht, das sind die Sünden, aber die Menschen lernen, die sagen, dass die Sünden dort in der Hand und dann, dass die Sünden heute erklären, was auch ihr Leben stehen, weil sie gesagt, dass Gott sie nicht mitliegen, dass wir von ihnen geboren wurden, dadurch nicht, dass wir uns nicht mitliegen, dadurch, dass ich Gott sie nicht mitliegen, und tun das in der Titelskapitel 3, verspricht, ob es ernstfreundlicher Gott in Heil, und für den Tag kommen. Wo geht, hau alle Menschen, wie er, hau er ernst, da wir nicht, dass wir die Rechtegeber aufwiesen haben, dass wir alles bekannt sind, da wir nicht, dass wir die Rechtegeber aufwiesen haben, dort, wie. Da geht es ihm mitliegen, Gott ist ihm mitliegen, wir werden du da nie geboren, und er hat uns vorgesehen, und er hat den Heiligen Gäste nie das Leben gegeben. Also, hau er den Heiligen Gäste hier geben in der Hand und zu sagen, Wir haben das hier in den Gläubigen, dass ihr euch gelebt habt, wenn ihr in den Häusern kapitel 1 versprichtet habt. Und so wie ihr euch sagt, dass ihr jede Woche hier habt, wo darf die geradet werden, nicht wo darf wir uns sind. Wir können, wo darf wir geradet werden, in und an Gläubigen und dieses Gläubigen, nicht ob wir die Menschen sein. Dann treten wir uns heute mit den Helligen Gäste. Und dann sagt ihr, das ist das. Und der Hellige Gäste braucht die Therapie. Dort kriegen wir Gott ans Versprechen. Wenn wir alle seine Heiligkeit leben. So, wir haben ein Hellige Gäste, wo wir die Verbrechen haben, wo Gott ans Versprechen haben. Wo Gott ans Versprechen haben, wo Gott ans Versprechen haben. So. 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 So wird hier. Noch Gott sind gut sehen. Und es ist Gott sind gut. Und es ist nicht mein Gut. Und ich freue mich dazu. So. So wird hier an Menschen. Wir sehen die Zeit wieder.